Ich frage mich aber gerade schon in einem kurzen selbstkritischen Moment, ob wir da jetzt vielleicht ein bisschen hart waren zu Peter Ramsauer. Ich meine, es ist ja nicht so, dass der Mann gar nichts kann. Er ist zum Beispiel, das wissen viele gar nicht, ein hervorragender Pianist. Pianistische Musik